Willkommen zurück zu Dead Island, mit dabei ist die Lori, die hier irgendwie schon, naja, irgendwie kein Zombie-Biss hat, aber auf jeden Fall Lachanfall, der ist schon mal super. So, was machen wir denn hier? Ja, ich glaube, wir müssen uns irgendwas holen. Ja, dann holen wir uns mal irgendwas. Ah, cool, ich hab einen Stein. Alter. Hab ich jetzt gewonnen? Nein, ich hol mir die Stiege. Damit hab ich sicher gewonnen, oder? Ähm, ähm, vergammelte Äpfel. Nein, scheiße, du hast gewonnen, Mammel. Yes. Okay, dann haben wir jetzt das Projekt beendet, endlich, ne, nach über fast 50 Folgen, endlich. Ja, genau, jetzt hat jemand gewonnen und das ist der Mammut, der mir gerade davonläuft, der Arsch. Ja, das mach ich immer wieder, weißt du doch. Wenn ich was kann, dann davonlaufen. Kommt nicht durch den Busch, das ist, das ist ein Steinbusch, du, da kommst du nicht durch. Ja, das hab ich mir eh schon gedacht, äh, wieso gleichst du? Damit ich hier durchkomme. Nein, brauchst du gar nicht, ich bin normal. Ja, ich bin mir da manchmal nicht so sicher. Ja, du bist einfach so ein Abenteurer, glaub ich. Ja, ne, also ich liebe es, durch Stock und Stein zu gehen, besonders das Reel-Life zu besuchen, es ist immer wieder ein Spaß für die ganze Familie. Das Reel-Life? Das Reel-Life. Ach so, ich hab wirklich Reel-Life verstanden. Ne, ne, da hat das ein Reel nix mit zu tun. Aber ich wusste natürlich, dass du das Reel-Life meinst, das ist eh vollkommen klar. Ja, ja, damit hast du ja heute irgendwie schon mehr Kontakt gehabt als ich, obwohl, ne, eigentlich nicht, aber halt, du hast Sonne genossen. Das ist ekelhaft. Ich hab Sonne genossen, voll. Wie kannst du's wagen? Das geht doch nicht als Gamer, das ist das, ne. Ja, ich hab's wirklich genossen, liebe Leute, also es ist echt, mein Freund hat ja so ein, ah, der hat so ein, ähm, so eine Tasse zu Hause, weil der hat so, so herzige Cthulhu-Zeichnungen gemacht. Also Cthulhu, dieser Gott von Edith Lovecraft. Ja, du weißt es sehr, aber vielleicht. Beste. Bist du grad gestorben? Nein, ich würde niemals sterben. Ach, geht doch, Scheiße, nicht du, aber der. Ja, auf jeden Fall hat er da halt eine Tasse, ne Tasse bedrucken lassen mit diesem herzigen Cthulhu drauf. Und der hat mit mir quasi Kaffee getrunken. Das war das, was da auf der Tasse drauf ist. Ja, also hat er gezeichnet. Ist ja cool. Ja, voll, ich glaub, ich werd das posten in die Beschreibung, liebe Leute. Wenn du dran denkst. Ja, gibt's aber dann nur auf meinem Kanal. Stimmt, wenn ich dran denk. Falls ich euch vergesse, dann seid mir bitte nahe, nicht böse. Schreibt es ihr 300.000 Mal in den Kommentaren, damit sie sich dran erinnert. Wo ist denn jetzt der Link? Du hast es versprochen, ich deabonier dich jetzt. Du bist blöd. Das ist ja voll Link, dass sie jetzt uns gelinkt hast, den Link nicht zu geben. Ja, voll. Das ist ne Frechheit. So wie irgendein Talkshow ist zum Schönheitsarbeiten gegangen, wollte ich grad sagen. Zum Schönheitsoperationen. Und da ist ein Türke gesessen und der gesagt, ja, ich mein, was soll ich denn davon halten, wenn sie eine Frau Schönheitsoperation unterzieht? Das ist ja komplett getürkt. Und da, ja, voll zum Lachen angefangen. So geil einfach. Ja, aber das Wort wird schon selber verstanden, ne? Ja, ja. So, wem kann man das jetzt drauf schießen? Yeah. Nur, ich wurde wieder angesprobt hier. Du wurdest angesprobt? Ich wurde angesprobt. Ge weg, geh weg, komm. Ge weg. Gib mir dein Geld. Give me your money, bro. Wieso krieg ich immer, wenn ich so ein Ding aufgehoben hab, die Waffe? Also die Schusswaffe. Weil du's kannst. Danke fürs Retten. Bitte. Ja, anscheinend. Anscheinend kann ich's. Ich hab's so drauf, dass ich die volle Schusswaffe kriege. Also wenn du etwas kannst, dann ist es das. Ja, das auf jeden Fall. Sag mal, was machst du mit dem Ding jetzt? Och, man weiß ja nicht, ob man's noch gebrauchen kann, ne? Okay, gut. Hoffentlich streich jetzt meine... Okay, ich hab noch nicht mal was ausgesprochen. Hey, Westling, Westling! Ich glaub, da ist nichts mit Wrestling, der ist eher unwrestlerisch. Der hat ja nicht mal Hände. Voll. Der hat nicht mal Hände. Und ich hab nicht mal meinen Kanister. Was soll denn der scheißen Dreck hier? Ich hab ihn. Ah, 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 ah. Ich hab da was in meinem Po drinstecken. Ach, nee. Du meinst, der Stift schreibt, oder? Ja, ja. Auah! Oida, ich hab meinen Fury aktiviert und bin grad am sterben. Kannst du mich bitte heilen? Ich muss erst mal gucken, dass ich hier jetzt da... Ah, kommt direkt noch mit zu... Ah, 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 ah. Wo ist denn? Alter, wo sagt ihr bitte? Ich glaub, er steckt in mir drin. Ach, nee. Ah! Ein Wasserspreier, ganz für mich allein. Oh, das ist ja super. Also kein Wasserspreier, sondern eine Wasserleiche. Wer ist der grauslich? Wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn jetzt? Oh Gott, er kommt wahrscheinlich irgendwo auf mich zu, oder so. Hi. 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 Alter, die Musik ist gar nur brutal. Und dann? Brutale Musik. Wo ist er denn? Weg. Weg? Nee, keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Aha. Also eigentlich war er hier hinten, wo er mich umgeschmissen hat. Und mich getötet hat? Ah, da hinten ist er. Ich weiß, wo er ist. Ach, jetzt ist er zu seinem Spawnpunkt zurück. Ja, es ist super. Ja, jetzt kommt er hier. Hallo. Ach, das ist ja super, dass du ankommen hast. Oh, der hat volles Leben. Ja, wo war es das Problem? Walrisi. Ja, ich bin ja voll auf ihn losgegangen. Ich meine, das war halt ich. Ja, ja, natürlich. Ja, das war vollkommen klar, oder? Mein Gott ist ein viel stärker als normale Zombies. Nein. Als normale Zombiel. Die kleinen Zombiel, die süßen, ne? Die sind echt knuffig. Ja, voll. Oh, ich hab da gerade 142 Euro gefunden. Wow, ich hab's auch gekriegt. Yay. Alter, wieso sch... Ich sammle das ein. Und du kriegst es auch. Danke fürs Raufschmeißen. Ja, bitte immer wieder gern. Weißt du doch. Aber schau, jetzt hast du auch die Gun in der Hand. Ja. Ah! Wer wird? Was ist denn? Was ist denn? Ich hab nichts gesehen. Ja, weil ich dich gerettet hab. Ja, ich hätt mich vielleicht selber retten können. Nein, ich wollte das aufmachen. Was war denn da drin? Da ist immer noch was drin. Nein, 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 nein. Ich bin da durch Äste gelaufen. Nein. Im Wald. Ich kann das sein. Wirklich. Durch Äste. Ach so, Durch Äste. Was sind Durch Äste? Durch Äste Materie. Oh, das sind Durch Äste. Liebere zwei Waffengisten am Matur-Hero. Weiß nicht, wie der heißt. Matur-Hero. Mero hat da irgendwas. Ist ja auch egal. Hauptsache, er schreit nach hier und du gibst ihr in die Kiste. Ja, ganz genau. Ja, wo sind wir jetzt? Wir sind hier. Boah, Glück. Ja, voll. Zitronensaft. Oh, geil. Ich wollte schon immer in einer Zombie-Apokalypse Zitronensaft haben. Da oben steht übrigens ein Zambel. Ja, dann machen wir tot. Jetzt ist er weg. Er ist weg. Hast du das gesehen? Ja, ja, ich hab's gesehen. Aua! Da schießt jemand auf mich. In einer Zombie-Apokalypse. Auf dich. Sicher. Oh, das war kritisch. Hast du den getroffen? Ja, aber so volle Kanne mit 2500 Schaden. Wirklich? 2500? Hm, wenn ich es doch sage. Musst sie auch auf die Köpfe zielen, ne? Was meinst du mit auf die Köpfe? Was ist im Kopf? Das ist das, wo du immer deinen Topf draufsetzt. Du glaubst, dass ich einen Topf-Schnitt hab, oder was? Bis next! Vielleicht. Großes Medikit. Waffenkiste. Einmal. Nein! Das ist wieder so ein Scheiß. Sag mal, was fällt dir ein? Fähre-Pistole. Hast du mich gerade geschlagen? Nein, ich hab dich getreten. Der hat 40 Dollar einge... Und eine träge Pistole. Aber er hat auch Munition. Munition. Achso, die kann ich nicht nehmen. Na, was zum Fick ist denn das jetzt? Ich hab grad... Alter! Warte mal ganz kurz, bitte. Ich hab grad... Hä? Lorie verwirrt. Ja. Lorie verwirrt. Vorsicht, sie ist in ihren Standard-Zustand. Danke. Bitte! Da ist übrigens voll viel Munition, gell? Wo? Ah, da. Da unten. Ja, das ist ja super. Trägesautomatisches Gewehr. Das darf ich nehmen? Ja. Benötigt Stufe 27. Deine Pistolen-Munition. Können wir da noch irgendwann abschießen? Ja, da hinten sind auf jeden Fall noch so ein paar Deppen. Offenbar. Steppen ist gut. Oh ja, jede Menge, 100.000. Arschloch. Ich lass mich sicher nicht abschießen. Und hier. Gut. Äh, dann komm mal zurück. Sind da jetzt alle tot? Die sind soweit tot. Oder sie wollen nicht mehr. Au, 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 au. Boah, was haben wir da schon wieder erwischt? Gehst du wohl, wo du wohnst? Danke. Ich will aber wissen, was da noch ist. Ja, wir müssen da im Moment sogar hin. Hast du denn die Waffenkiste dabei? Ja, und da ist auch ein Auto. Können wir die Waffenkiste auf das Auto packen? Ja gut, wir können es auf jeden Fall über das Auto hinwegschmeißen. Kannst du mir die Kiste um mich zu heilen? Ja, nein. Oh, nee. Zumindest nicht die Zeit, dich gerade zu heilen. Okay, gut. Nein, nicht gut. Ich schau mal. Ich kann keine Munition mehr nehmen. Geh bitte, geh weg. Auf. Schnitt. Ja, das war wirklich Schnitt. Momentan. So, wir könnten ja das Auto nehmen. Ja, warte, ich nehme hier schon das Auto. Ah, cool. Auch wenn das wahrscheinlich nicht mehr im so perfekten Zustand ist. Schnitt. Fidelity. Da ist auch noch einer. Was, der Delity oder Fatality? Fidelity. Ich dachte mir, der Delity so wie der Delic. Nein, 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 nein. Diesmal nicht. So ein Gema-Witz. Fährst du jetzt ohne mich los? Ja, ja. Ich lasse dich da einfach stehen am Straßenrand. Weiter. So, bist du drin? Jo. Dann darfst du immer die Kisten in, äh, Dingens packen. Okay. So, warte, ich steig mal aus. Achtung, da kommt ein Zombie raus. Wo? Alter, gibt's hier keine Bremse? Achso, doch nicht. Es gibt keine Bremse. Wow. Ich bin die Bremse. So, warte mal. Aua. Weiter, jetzt bin ich grad ge... Ah, angespuckt bin ich worden. Du Wichser. Du Zombie. Voll geweckt, du Arsch. Der Nächste. Ge bitte lass unsere Waffen in Ruhe. Ich kann sie nicht mehr überfahren hier. Ne. Gut, was haben wir jetzt? Schau, ich schau mal ganz kurz, wie viel wir da jetzt haben. Eine Kiste haben wir. Bitte bleib einfach mal ganz gut stehen. Äh, warte, 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 warte. Oh, das rollt zurück. Oh, und... Ich mach nix. So, okay. Wo war denn jetzt die zweite Waffe? Die steht da etwas weiter hinten am Stein. Da, da, gell? Mhm. Alter, wenn jetzt irgendwas kommt, dann bin ich extra grantig. Dann sind wir extra grantig. Ich hör da irgendwie was. Wirklich? Ich auch. So ist drin? Ach so. Ich hab... Warte mal, was ist das? Ach so, schau mal. Ich hab... Ich hab mir nämlich gedacht, dass ich die Kiste reinschmeißen muss. Und deswegen... Hab ich auch erst gedacht. Voll, deswegen hab ich sie voll vorbeigeschmissen. Da ist die Sache der Welt. Wie kommen wir dann überhaupt über diese Hängebrücke? Ähm... Kannst du da durchfahren? Versuch mal durchzufahren. Nee, ich muss sowieso... Also der Questzeiger zeigt mir sowieso erstmal die andere Richtung an. Ach so, okay. Na, ja, gucken wir mal, ob wir über den Weg dann da irgendwie hinkommen. Mit der Beachcar. Das ist jetzt der Woodcar. Oh Gott! Der Junglecar. Ah ja, voll. Bitte setz unser Auto nicht in Sander. Nee, nee, es ist im Wasser, das ist okay. Es ist im Wasser, das ist okay. Oh, oh. Ich hatte vorhin ne Fury, als ich gestorben bin, bei dem stärkeren Typen da. Ja, jetzt ist der Water Cup. Oh, ey, das ist schon wieder so ne Brücke. Aber ich hab's geschafft, nicht so wie wir beim letzten Mal. Oh, voll. Na, auf jeden Fall hab ich da meine Fury verloren und jetzt hab ich sie schon wieder. Die lädt voll schnell an Shannon. Das musst du halt nur noch, äh, drücken können, wenn's dann soweit ist. Ach, das waren nur Special Effekte, das ist nicht schlimm. Was hat das Special Effekt, wir werden angeschossen? Ach, jetzt heul mal nicht rum, das ist, das ist nur ein Kratzer. Ich heul nicht. Die Frauen mal wieder. Ich heul nicht, man kann wahrscheinlich. Leute, was denkt ihr von seinem Fassi? Nein, der Fassi so wie ich. Fähigkeitenpunkte, ich mach mal meine Fähigkeitenpunkte. Eine gute Idee, du hast ja nichts zu tun. Voll. Ich muss aussteigen. Warte mal. Wackellose Klinge. Nö, Schaden. Erhöht die Haltbarkeit von scharfen Waffen hier. Wieso muss ich jetzt aussteigen? Na, hier müssen wir irgendwas machen. Müssen wir es hier abgeben oder so? Ich hab keine Ahnung. Oder da ist noch ne Waffenkiste, das kann natürlich auch sein. Wo ist noch ne Waffenkiste? Irgendwo hier in der Nähe. Wieso packst du jetzt die da rein? Ich dachte, da braucht drei, zwei. Ja, wir haben jetzt zwei. Wie viel braucht der jetzt? Drei. Aber ich kann die dabei auch da herstellen. Das sind extra so Icons dafür. Das sind Icons dafür? Ja, zwei. Ja, dann machen wir. Und ein Icon haben wir noch. So, da, da. Yay, Lory hat's gelöst. Ja, zwei nämlich. Du hast ja auch geholfen, was du gesagt hast. Ja, ich habe zwei Träger, automatische Gewehre. Ja, dann kannst du eins davon wegschmeißen. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von der Toten Insel. Hoffentlich wieder. Wo ich wieder alles ins Wasser setze oder in den Sand. Ich hab keine Ahnung. Schauen wir mal. Na, so dann. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.